Was ist denn jetzt? Hast du was gesehen, oder was? Gehöht. Was auf dem linken Ohr? In welche Richtung? Schuss, oder was? Ich weiß ja nicht. Bomben. Bomben. Grummen. Ach, grummeln, okay. Hm, ich hab nichts gehört. Ah, siehste, ich weiß gar nicht, ob Octa Experimental vielleicht sogar Helicrush unterwegs sind. Vielleicht haben wir auch noch Glück. Bist du noch hinter mir? Bomben. Mhm. Bomben. Ja, ja, ich hab's gehört, ich hab's gehört. Okay. Bomben. Okay. Wir haben einen Weg. Okay. Gleich. Okay. Gleich. Ich hab's genug wieder. Nix. Mach nix. Hm. Okay. Mach nix. Okay. Mach nix. Mach nix. Ja, wir gehen jetzt durch Starry und wenn uns jemand wegballert, dann ist das so. Hm. Weil ich muss ja das ganze noch durch haben. Ich brauch ja Platz für Samstag. Samstag gibt's ne dicke Überraschung, ey. Da musst du auch Platz machen, Hegi, ne? Gehst du hier noch gut ein bisschen, ja? Obwohl wir fliegen. Mhm. Der Wolf. Ein paar Zeilen aufnehmen bei dir, das wär schon nice. Manchmal glaub ich in Desi, dass ich doch stinke, ey. Wenn ich mal aufnehme und unterwegs bin mit dir, wo sind die Spieler? Echt. Auf dem 75er Server, weißt du, na vielleicht sind auch nur 60 drauf oder so, keine Ahnung. Aber man sieht ja, der Server ist voll. Ähm. Geht nicht an. Ja, aber gerade wenn man denn nicht damit rechnet, kommt der Urknall. Ja, ja. Aber wenn ich dann, wenn ich dann bei Renny gucke, ne, im Stream, egal, also auf welchem Server auch immer da ist, egal wohin der rennt, egal wohin er spawnt, äh wohin er spawnt natürlich, wo er spawnt, ist immer Action. Der ist kaum, ist der auf der Welt, dann fliegen schon die Kugeln. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich glaub, bei uns laufen alle weg. Ich brauch mal einen Menschenfeinde. Ja. Und wer den Rangefeinde erfunden hat, der kann ja auch mal einen Menschenfeinde erfinden. Genau. Oder, was auch cool wär, wird vielleicht sogar noch kommen, so ein Wärmegerät. Wie heißt das? Wärmekamera? Ja, ne Wärmekamera oder so. Bestimmt cool. Wärmebildkamera. Ja. Oder Nachtsichtgeräte, obwohl Nachtsichtgeräte, glaub ich, sind ja seit Urschleim schon geplant. Es gab ja auch mal ne ganze Zeit lang die Theorie, dass es pro Server immer ein Nachtsichtgerät gibt. Aber das ist... Was? Von wo willst du anfangen? Willst du von ganz rechts? Ähm, ne, wir gehen beide die Scheunen durch, komplett. Obwohl, wir können auch ganz links anfangen, wir gehen sowieso wieder rechts raus. Was? Mir ist egal. Lass mal ganz links die Häuser anfangen. Und die Stallung nehmen wir ganz zum Schluss mit an. Oh, hier gibt's ja auch noch ne Polizei, sehr schön. Daran hab ich ja auch wieder nicht gedacht. Wo bist du? Ja, auch gerade zum Roten Haus. Okay. Zum Roten her nehm ich jetzt erst mal das Grün, ja? . Ich würde mich nicht wundern, wenn er irgendwo in den Kommentaren stand, ihr seid direkt dran vorbeigelaufen an der Munition. Würde mich nicht wundern. Okay, hier soll, ach doch, da liegt sie dann sehr, ja, okay. Du bist jetzt wo immer noch im Haus? Ich ne, ähm, genau dazwischen, zwischen dem grünen und dem. Ach, ich seh dich. So, ich stehe Richtung Polizei. Den linken auf der Wiese. Oh, fuck. Der Ruine, der hier steht. Okay. Okay. Na, ich glaub nicht, dass da jemand drin ist. Ich geh wieder rein. Kann natürlich ein Irrtum sein und der hat uns von Weitem schon gesehen und wartet nur. Noch ne Rauchgranate. Krass. Warum ist in der Polizei AK Munition zu finden? Ich wüsste nicht, dass es... Alter Schwede, ich wüsste nicht, dass es hier ne passende Weste gibt. Hier ist ne kugelsichere Schutzweste hier, so ne Polizeischutzweste. Läufst du um die Polizei? Ja. Okay. Mein Magazin für die Rack gefunden. Oh, komm schon. Hallo? Jetzt. Oh, ich bin waffenlos mal wieder. Klasse. Liegt sie wieder hier? Alter, die Polizei ist verpackt. Meine Rack ist schon wieder weg. Ui, was ist das denn? Eine Skorpion? CZ61 Skorpion. Sieht aus wie so ne Mini-MP. Ja. Circa ein Kilo mit... Rückstoß... Schutz... Achso, ne. Das ist ein Fehler. Bist du drinnen? Im Haus oder draußen? Oh, jetzt ruggelt's hier aber richtig doll. Ja, bei mir auch. Du bist außerhalb der Polizei, ne? Ja. Was denn? Ja, geh mal in Deckung. Ich suche hier gerade noch meine Rack. Warte, hä? Holst du dir denn jetzt wieder her? So bist du doch wieder? Willst du dir die Weste denn noch holen? Nee, nee, nee. Warum nicht? Läuft einer. Bist du draußen? Ich bin draußen, ja. Ich bin gerade rausgeleitet. Ich bin in dem kleinen Laden. Ja, genau. Wo bist du denn? In dem kleinen Laden? Ach, in dem drinnen? Ja. So. Hm, runtergelaufen zu dem... Links von dir. Runter, einfach runtergelaufen. Genau. Ich meine, die Ruggler kamen aber aus der Richtung, wo wir herkamen. Also ich glaube, da kommt etwas oder jemand. Das war ein ganzes Geist. Ich glaube, hier ist der Ruggler. Ja, vielleicht ist der Ruggler. Wir sind jetzt nicht die Ruggler. Aber die Ruggler sind ja sehr wunderbar, weil wir abhauen. Okay. Man sieht unten. Das kriegen wir auch noch hin. Bist du? Ich bin in der Scheune, wo man hochgeht. Rechtsseitig bin ich hoch. Spray. Lol, hier oben 40... Okay, das ist nice. 40, äh... 380er Autolinen. Habe ich jetzt aber auch nur gesehen durch Tab. Die sind so winzig. Ähm, das schmeiße ich hier raus. Toll. Den EpiPen. Keine Ahnung, ob meine Waffe überhaupt da ist. Ich habe sie vorhin kurz abgelegt. So. Geht weiter? Auf dem Weg. Oh Gott. Okay. Ja, hier bei der Kirche habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Warst du da nicht mit bei sogar? Wo wir da diesen Typen hatten, der da über dem Feld gejagtet ist? Und sogar noch hinterher? Oh Gott, zufassend. Doch, ich glaube ja. Wir standen hier vorne bei der Stelle erst, ne? Ja, ja, genau. Richtig. Ja, ja, ja. Ja. Dann sind wir da rumgelaufen, um die Kirche und so. So um die Stelle rum. Ja, ja. Ich gehe mal in Parallelstelle. Der jetzt eigentlich genau mittig ist denn. Geh summ. Ja, ja. Ente pilots Vinny. Der hier unten wird sie noch gelrokken. Das geht mir nicht. Ja, nein. Ja, ich sehe dich einproblem. Ich sehe mir unter, dass du auf diese stärke wollen nur den Bumen. Ich sehe ihn doch auch sehrально irseitig. Ich sehe ihn, dass du gerne inner었어요. Oh Gott, ja Leute, es könnte doch langweiliger werden als erwartet. Ich hätte echt gedacht, dass hier mehr passiert auf dem 75er-Server. So, weine Flitzpieper haben wir Kenia-Tropen weiter. Ich geh mal hinten ins Klavierhaus, am Ende von deiner Reihe. Manchmal irritieren mich die eigenen Schritte. So, wenn man die doppelt höre, dann musst du, ne? Ja. Ja, vor allem manchmal hast du so ein Sandknirschen plötzlich dazwischen. Obwohl du auf Holz läufst. Habt ihr den Köder schon wieder draußen gelassen? Oh, Papa wird dagegen. Ja, ja, ganz draußen. Oh, okay. Wenn er das möchte, kommt der vom Hof runter. Achso. Ich dachte, ihr hattet da die Kette. Oder die, naja, die Laufleine ist das ja. Ja, aber die gehen dann runter und rauchen. Und wenn die rauchen und labern, drehen die sich um, gehen wieder rein, machen die Tür zu. Dann bleibt der auch in draußen. Ah, okay. Das ist ja nicht mehr so witzig. Okay. Ähm. Klavierhaus und das mittlere Gebäude ist P. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie alles vermorbst. Das hat... Du hier? Ja. Weil, ja. Mhm. Oh, ich hab's geahnt. Ja. Na gut.